Hallo, Sie da? Oh, das sind ja beides Männer. Ich dachte, sie wären Mann und Frau. Ist das so eine gleichgeschlechtliche Geschichte mit Ihnen? Also, nicht, dass ich was dagegen hätte. Hören Sie, Ihr Nachbar da drüben, der hat ganz schlimme Dinge über Sie erzählt. Ja, da gucken Sie, was der mir über Sie erzählt hat. Ich glaube, der hat was gegen gleichgeschlechtliche Paare, verstehen Sie? Das ist einer von diesen... Ja, gehen Sie mal rüber, genau, machen Sie ihn fertig. Ja, das hat ja nicht funktioniert. Hm, keine Leiche für Moretti, ne? Gut, daneben nicht. Mir sieht das aus, ob der Hund gleich sterben würde, wie der immer so nach unten geht. Ja, also ein nutzloser Hund und zwei nutzlose Nachbarn. Ach, es hätte so schön werden können, ein Blutbad. Wenn der Hund nicht so nützlich wäre, hätte er bestimmt die beiden erwischt. Oder die wären bewaffnet gewesen und am Ende wären alle gestorben. Ja, naja, man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Immer positiv denken, wer wird schon sterben? Storben wird immer. Also, das war... Vielen Dank.